So Neumi, das ist dein bester Freund im Biden Rangers Team, oder? Wie heißt er? Er hat keinen Namen. Er hat keinen Namen? Wie kannst du so einen Spitznamen ausdenken für ihn? So, Blushy... Der Bär. Der Bär. Ein kleiner Teddybär. Und wie heißt er? Gehst du mit ihm mal spazieren im Wald mit dem Teddybär? Ja. Und er hat unsere Ziere gefressen. Und was ist er normalerweise als Bär? Honig oder Fische, oder was? Kleine Mädchen. Kleine Mädchen. Das ist ein Vampir, oder? Ein Vampirbär. Der trinkt Blut, schau mal. Mädchenblut trinkt er. Auch sehr gute Laune, ne? Ja. Okay, werde dich nicht weiter stören. So, hier sind die harten Männer. Ich sehe schon mal gelb, grün, zweimal blau sehe ich. Und hier sehe ich dreimal grün, einmal gelb. Und? Das ist das erste Mal, dass er heute isst? Nicht das erste Mal? Nicht das erste Mal? Ja, das ist das Lager von den Kösten. Ja, das war doch nicht. Ja, das war doch nicht. Ja, das war nicht. Ja, das war nicht so schwer. Ja, das war nicht so schwer. Aber ich mache das jetzt. Ja, das war nicht so schwer.